Wenn du mit der Masse gehst, wenn du mit dem Strom schwimmst, dann wirst du immer das Resultat haben, was alle haben. Wenn du aber ein anderes Ziel haben magst, einen anderen Weg gehen magst für dich, dann wirst du immer an einem anderen Punkt rauskommen. Und deswegen vergleiche dich da auch überhaupt gar nicht. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt gerade von Nikola Tesla, wir haben gerade von Vincent van Gogh und von vielen weiteren Persönlichkeiten gesprochen. Und man sagt ja, Genie und Wahnsinn liegt sehr, sehr nah beieinander.